Grüß Gott, sehr geehrte Damen und Herren, willkommen auf meinem Kanal auf YouTube. Mein Name ist Michael Riesch, ich bin der Intendant von Blackbird Live und ich spreche jetzt mit dem Herrn Rainer Osterwalder von dem Patentamt in München. Guten Morgen. Wie ist Ihre Meinung zu der Demo, die Kampakt initiiert hat, vor ihrem Torn gegen Patente auf Leben und Nahrungsmittel sowie Patente gegen Tiere? Das Thema Patentierung von biotechnologischen Erfindungen ist schon sehr lange ein Thema, was immer wieder die Öffentlichkeit berührt und wo es eine intensive... Gibt es etwas lauter? Ja, also das Thema Patente auf biotechnologische Erfindung, die es ja auch für Pflanzen und auf Tiere gibt, ist schon lange ein Thema, was öffentlich diskutiert wird. Es gibt eine intensive Debatte darum und wie Sie sehen, akzeptieren wir hier durchaus, dass es hier unterschiedliche Meinungen gibt und erlauben auch solche Demonstrationen. Erwarten Sie auch mehrere Patentanmeldungen auf Saatgut bis zu Tieren? Wir haben solche Patentanmeldungen. Im Moment sind noch 300 Dossiers in Bearbeitung und wir müssen sehen, ob unter Anwendung des Patentrechts, was wir zu benutzen haben, und das ist das Europäische, zusammen mit der Biopatentrichtlinie der EU, ob da Patenterteilungen möglich sind, nötig sind oder nicht. Wie viele Patente haben Sie im Moment? Das Europäische Patentamt erteilt pro Jahr ungefähr 68.000 Patente. Auch in diesem Bereich haben wir zurzeit 71 Patente erteilt und dies seit der Eröffnung des Amts 1978. Danke sehr. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Danke ebenso. Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen auf YouTube. Mein Name ist Michael. Ich leite den Kanal von Blackbird Live. Hier sprechen wir heute mit Kampakt, der Presse. Wie sieht es aus bei Ihnen, Stopp, Patente auf Leben? Machen Sie die Aktion europaweit? Genau. Also wir starten heute eine europaweite Kampagne, Patente auf Leben stoppen. Es geht hier um die Patentierung im Europäischen Patentamt auf Melonen, auf Weizen, auf Saatgut, auf alle Lebensmittel, die wir so kennen. Und da wird jetzt Kampag gemeinsam mit verschiedenen Fachorganisationen wie No Patents on Seeds oder Kein Patent auf Leben, aber auch der IG Saatgut oder der ABL die Kampagne starten. Und europaweit wird sie durch WeMove, unsere Schwesternorganisation, mitgetragen. WeMove ist eine Schwesternorganisation, wie Sie schon sagten. Wer steckt hinter WeMove? WeMove müsst ihr euch so vorstellen wie Kampag nur auf europäischer Ebene. Die können halt in verschiedenen europäischen Ländern agieren und dort Appelle starten. Und das entspricht auch der Komplexität der Europäischen Union. Also wir merken immer wieder in politischen Prozessen, dass wir halt auch in anderen europäischen Ländern aktiv werden müssen. Und über WeMove kann das dann gebündelt funktionieren. Genau. Okay. Wie haben Sie eigentlich die Initiation von dem Thema gemacht? Was? Die Initiation von dem Thema Patent auf... Wie wir auf das Thema gekommen sind. Genau. Wie Sie auf das Thema gekommen sind. Also die Problematik ist da. Sie ist vor allem da seit März 2015, wo das Europäische Patentamt eine schwerwiegende Entscheidung gefallen hat, dass jetzt halt auch konventionell gezüchtete Lebensmittel patentiert werden können. Das ist eine Änderung in der Auslegungsordnung. Und wir beobachten das Thema schon eine Weile und sehen einfach zwei ganz klare politische Ansatzpunkte. Einmal die Bundesregierung hat im Koalitionsvertrag festgelegt, Patente auf Leben müssen auch auf europäischer Ebene gestoppt werden. Und zuständiger Minister Heiko Maas hat sich auch nach dieser Auslegungsordnung kritisch zu dieser Patentvergabe geäußert. Und ich denke, jetzt fehlt halt der Druck der Verbraucherinnen und Bürger in Deutschland, dass dieses Thema halt auf der politischen Agenda auch so groß wird, dass der Handlungsdruck entsteht. Was finden, was sollen, was finden Sie, was die jungen User auf YouTube machen könnten, um denen noch einen Nachdruck zu verleihen? Auf ihre Art und Weise. Na, ich denke, zunächst ist es wichtig, Heiko Maas mitzuteilen, dass dieses Thema die Wählerinnen und Wähler interessiert. Das kann erstmal dadurch bestehen, dass man den Appell unterzeichnet und dann einfach gucken, was passiert. Wir werden diese Kampagnen jetzt mit vielen und zahlreichen Aktionen begleiten. Wir werden immer wieder hier im Europäischen Patentamt auftauchen. Wir werden die Sitzung des Verwaltungsrats begleiten. Wir werden aber auch zu Heiko Maas nach Berlin gehen und ihm zeigen, dass da hunderttausende Bürger hinterstehen hinter dem Thema. Also Appell unterzeichnen und dann schauen, wann finden Aktionen statt in deiner Stadt. Wo wir aber auch bei international nochmal zurückkommen, gibt es auch außerhalb von Deutschland Aktionen, die Kampagd ins Leben ruft zu dem Thema Patent auf Leben stoppen? Das werden wir sehen in naher Zukunft. Ich könnte mir gut vorstellen, dass unsere Schwesterorganisation Wimov in verschiedenen europäischen Ländern Aktionen startet. Da ja jedoch das Europäische Patentamt hier in München ansässig ist, wird, denke ich, der Fokus auf München und Berlin liegen. Aber man weiß nie, wo das Thema wieder zu setzen ist. Okay, danke sehr. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Guten Tag, Frau Dr. Rot-Tippe von Kampagd. Mein Name ist Michael Riesch. Ich bin von Blackbird Live. Das ist ein YouTube-Kanal. Und ich wollte wissen, was Sie herausgefunden haben zu den Patenten auf Leben. Ja, hallo. Ich recherchiere regelmäßig alle Anmeldungen und alle erteilten Patente. Und da habe ich zum Beispiel jetzt im vergangenen Jahr rund 100 neue Anmeldungen gefunden, die auf Pflanzen ganz ohne Gentechnik oder fast ohne Gentechnik gehen. Ich schaue dann nach, wer ist es, um was geht es. Und das ist schon ganz interessant, denn es werden wirklich viele verschiedene Pflanzen so angemeldet, auch wenn eigentlich solche Pflanzen über den Sortenschutz schützbar wären für den, der die Sorte entwickelt hat und das Patent dabei völlig falsch ist. Es sind zum Beispiel eine ganze Menge Kohlsorten, die patentiert werden, auch Melonen und Früchte aller Art. Und ich sehe da wirklich Probleme, denn die Landwirte und die Züchter, die darauf zugreifen möchten, kommen in immer stärkere Abhängigkeit. Was können Sie uns noch sagen? Es gibt einen Trend, dass es immer mehr solche Patente gibt. Noch ist es etwa ein Drittel der Anmeldungen auf Pflanzen, die mindestens zum Teil oder ganz ohne Gentechnik geht. Aber Ende des Jahres 2016 erwarte ich viel, viel mehr solche Anmeldungen, denn dann sind die 18 Monate vorbei, die eine Anmeldung, eine Patentanmeldung stillgehalten wird und nicht publiziert wird. Erst dann kommen wohl all diese Anmeldungen, die schon längst vorhanden sind und erst gegen Ende 2016, Anfang 2017 publiziert werden. Jeder Anmelder darf nämlich seine Erfindung 18 Monate lang geheim halten und kann auf dem Gebiet weiterarbeiten und braucht es nicht publizieren. Erst dann kommt es wirklich an die Öffentlichkeit. Und dann erwarte ich einen Riesenschwall von neuen Anmeldungen. Was wäre der Nachteil für die Bevölkerung bei so vielen Patentanmeldungen auf Leben? Erstens wird alles teurer, denn man meldet ein Patent an und man will auch ein erteiltes Patent, weil man damit ein Monopol schafft, mit dem man höhere Preise bekommen kann auf dem Markt. Die Preise sind das Erste, aber das Zweite ist die Abhängigkeit. Nur der darf das Material benutzen, der dieses erlaubt bekommt. Das heißt Lizenzen bezahlt, beziehungsweise dann im Austausch Lizenzen selber dem Anderen gibt. So gibt es ein System von Abhängigkeiten und Preiserhöhungen auf der ganzen Linie bei Pflanzen und Nutztieren. Dies wird dann auch nachweisbar sein, wenn man Lebensmittel bei Discountern oder bei Supermarktketten kauft. Ja, es wird sich dort ausprägen, aber es wird dort nicht gekennzeichnet sein, als diese Pflanze ist patentiert. Denn auch ein Auto enthält ganz viele Patente und da steht nirgends, dass das Auto patentiert wurde. Also wissen die Konsumenten bzw. die Bürger nicht, ob sie jetzt patentierte Lebensmittel kaufen, wo die Pflanze patentiert worden ist oder nicht? Richtig, richtig. Die wissen nichts davon. Und die Patentleute wollen natürlich nicht, dass so etwas öffentlich wird. Die wollen das auf jeden Fall nicht zu kennzeichnen haben. Was würde denn passieren, wenn die Konsumenten fordern, dass die Patente öffentlich gezeigt werden, auch auf der Verpackung der Lebensmittel? Das wäre natürlich ganz in unserem Sinne, aber ich sehe da Riesenhürden, weil dann würden diejenigen, die Pflanzen patentieren, sagen, warum müssen wir so benachteiligt werden? Alle anderen, die andere, und zwar richtige technische Patente haben, die müssen das nicht anzeigen und wir müssen es. Und um das alles, dann müsste ja auch die Autoindustrie und jede Industrie alles kennzeichnen. Das wären Ziele, die wären nicht schlecht, aber die sind weit, weit weg. Also wäre eine absolute Kennzeichnungspflicht für solche Produkte oder Güter, Konsumgüter eigentlich sinngemäß? Wären sinngemäß, völlig richtig, ja. Ich danke Ihnen, Frau Dr. Roth-Tippe. Bitte, danke auch. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.